Bunte Blumen und so. Oh. Dankeschön, Jan. Danke. Das ist toll gemacht. Scheiße! Dann wäre die Freundschaft aus. Hey Kinderz, was geht bei euch? Willkommen zur aktuellsten Guardians-Mission mit Big Berlin. Sag mal was. Hallo, guten Tag. Wir sind bald am Ende angelangt. Das ist wirklich traurig. Das ist schon eine spaßige Sache. Und ja, Österreich. Zweiter Weltkrieg. Wir wissen natürlich schon bereits jetzt, dass es nur einen, zwei braucht. Gleich, jetzt zum ersten Mal anders. Erstmal. Können wir direkt die Waffe kaufen? Nein. Ich glaube, wir können sie gar nicht kaufen. Die müssen, was die droppen. Ah, die kommen hier, Mitte. Mitte komm ich. Hoffentlich haben die Berettas. Einer ist auch im Haus. Oh fuck, wir müssen nachladen. Oh Gott, ich bin geliefert. Nein. Boah. Nice. Keine Duels. Also ich kann mir keine kaufen. Doch, ich kann mir welche kaufen. Ich labertasche, sorry. Ich bin vielleicht schon dumm, Batz. Ich habe meine Degen geguckt. Ich dachte, meine Degen sind so dumm. Das schneide ich alles raus. Die kommen oben. Durchs Haus, durchs Haus. Links. Ich sehe mich. Ich halte einfach durch die Smoke. Das wird eine noch kürzere Folge als Tainer. Wir haben fünf Kills schon. Easy. Lemon Squeezy. Ich habe die Briar. Da sind Blumen drauf. Die sind schön. Sieht aus wie vom Thailänder oder so. Hey. Wo ist sie? Die ist ja fucking sick. Ah, du hast die mit den Geistern drauf. Ja, ja. Die ist auch delicious. Lass, behalte mal meine. Die ist nämlich super. Die ist super sexy. Aber bei mir ist kein Steady drauf. Ah, nein. Wie war das? 67 Kills. Direkt ein Headshot kassiert. Schie, man. Ja, die auch. Easy, 4 zu 3. Ey, das wird sowas von eine Riesenregelung hier. Das gibt es doch gar... Oh, da hinten. Also jetzt will ich mal sehen, wie die uns irgendwie bezwingen. Das geht doch gar nicht. Warum sind die Missionen jetzt so ultra einfach? Ich bin gestorben. Ich bin zu weitermachen. Scheiße. Ich habe den so sehr gejagt. Jetzt hast du natürlich einen sehr hohen Druck. Aber du hast meine Ultra Skin. Na, kümmer her. Das ist der schönste Dual Barretter Skin. Ich finde, er hat was Thailändisches irgendwie. Ja. Fällt mir, wenn ich ein Land zu diesem Skin aussehende, dann wäre das definitiv Thailand. So bunte Blumen und so. Oh. Dankeschön, Jan. Danke. Das hast du toll gemacht. Scheiße. Ich will jetzt noch Kipps. Das wäre dann... Okay. Dann wäre die Freundschaft aus. Hast du eine, ja, ne? Ja. Okay, zeig mal deine Thailand-Dinger. Die sehen von weiter weg ja noch geiler aus, du. Alter. Direkt aus Bangkok produziert wurde. Hier, die sind rechts im Haus, ne? Oh shit, man im Haus sind sie. Oh, drei Maas. Ja, hier. Du musst kein Holzhaus kommen. Oh shit, ja, Vorsicht. Die haben jetzt ges... Er flasht mich einfach. Die haben jetzt... Die haben jetzt... Oh, Mann. Komm her. Du hast mir einen Insight-Scheiß-Pumpshot gegeben. Du machst das. Du hast einen Ultrasch-Kind. Oh, scheiße. Shit, Mann, der ist ultra-aggressiv. 800 AIM. Global. Alter. Der hat ja schon in der zweiten Runde auf Global gestellt. Shit, Mann. Das kann doch mal nicht sein, hier. Okay, wir haben jetzt ab der ersten Runde schon direkt. Das will uns jetzt helfen. Locker. Die Dragons sind steady. Steady, das ist echt... Das hört sich gut an. Der guckt sich die Waffe geil an und dann dreht er so nochmal so. Ich finde das geil. Mach das mal. Drück mal F. Ja, wenn er so vorne dann zusammenhaut. Ja, ja. Ja, und die Drehung, die Revolver-Drehung. Das ist edel. Da fühlt es sich so an, als wäre die Feder noch ein bisschen gespannter. Das macht mehr Damage. Ja, ja, das ist viel besser jetzt. Das merke ich auch. Guck mal. Da fliegen die Headshots. Hey, glaub mir nicht die Kills. Denkst du, die werden... Die werden da, so vorne gestorben. Die werden überhaupt gar nicht... Die hätten gelacht. Das ist wie so... Wie so Software dann. Du musst dich schon einmal spannen, mindestens. Nein. Du schmeißt jetzt nichts auf mich. Nein. Du musst sicherstellen, dass du auf dich hinguckst. Deswegen warte ich so lange. Ich hab die ganze Zeit in dich reinges... Ha, fuck. Ha. Oh, das ist total. Kerle, du musst dich tot machen. Ich hab kein... Ich hab keinen Schuss. Die kommen. Nein. Das ist perfekt. Hey, ich brenne, okay. Ich fühle vielleicht manchmal voll weh. Oh, Berlin. Ich bin aber bei dir. Oh, nein. Oh, shit, man. Shit, ey? Hast du damage bekommen? Nee, nee, aber ich hab mich erschreckt. Ich dachte, die wären da. Oh, die kommen bei mir, glaub ich. Ja, die kommen bei mir. Ja, die haben Waffen. Oh Gott, die sind nicht geflasht. Scheiße, Mann. Weißt du, was? Ich glaub, die sind trotzdem geflasht, aber die schauen einen an. Ich hab die halten nicht die Hände vor den Kopf. Ah, okay. Das kann sein. Weil sie haben nicht geschossen. Das ist mir letztes Mal aufgefallen bei der Taser-Mission. Oh, Gott. Der hat Ultra-Serv. Pass auf. Oh. Schon ist es fertig. Rocking to side. Holy shit. 6 Minuten 46, halt da. Stell ich mich. Hey. First try easy, Alter. Gameplay wird hochgeladen, Freunde. Triple-Watt-Nuklear. Walla. Walla. Okay, Leute. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Wer hat die letzten Worte. Äh. Mango-Maracuja-Passion-Food. Schmeckt gut. Vor allem, wenn es dunkel ist. Oh.